Ich könnte das bestimmt mal hier stehen lassen und ich würde dann an der Treppe wieder spawnen, aber das ist mir grad zu doof. Den nächsten Speicherpunkt suche ich mir noch. Da, 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 boah, boah, ey, da hätte ich jetzt gerne mal ne Slow-Mo-Aufnahme von. Boah, das schneide ich in Slow-Mo hinten rein, um zu zeigen, wie geil ich bin. Überhaupt nicht selbstgefällig oder so, aber das war, boah, ja bin ich stolz drauf, da könnte ich meinen Urenkel noch von erzählen. Wie ich den Säure-Bällen ausgewichen bin hier, so, boah. Pam, 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 und Geld. Wow. Links oder runter, links oder runter, runter. Pam, 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 pam. So. Ach ja, genau, das war das. Ich erinnere mich. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Mal als kleinen Tipp, was ich gerade sehe, wie etwas recht gut ist. Als Magier gegen Maden nicht stehen bleiben. Immer ein paar Feuerbälle und weiter geht. Da ist man eigentlich auf einer sicheren Seite, wenn es nicht unglaublich viele Maden sind. Aber die Bombe wollte mich doch schon wieder töten, das Mistdinger. Das habe ich doch in den Augen der Bombe gesehen. Ganz klar. Hier ist das, hier ist das, hier ist das. Ähm, ab, 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 bam, bam. Riesenbug. Ich habe mir sagen lassen, das Wort Bug in Beziehung auf Fehler im Programm kommt wirklich von dem Wort Käfer im Englischen. Weil sich damals, weil damals die Rechner groß genug waren, dass da Käfer rein konnten. Und die haben dann irgendwas aufgegessen und funktioniert es nicht mehr. Ah, schlechte Idee. Au, 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 fuck, fuck, ganz schlechte Idee. Miep. 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 Hey, ich hasse die Viecher wirklich zu Recht. Die sind so mies. Und hier ist natürlich auch nichts zu essen in der Nähe. Fuck. Neun. Ah. Dreck. Das gibt Rache. Mistnutze, ich brenne dich zu Tode. Komm her. Komm her, du Sackgesicht. Arschwurst. Na super, die beiden hätten auch gefehlt. Ah, Dreck. Das war aber doch typisch, ne? Ja, ich gehe jetzt hier hin. Oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Nein. Pam, 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 töten, 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 töten. So. Yay, die nächste Mutti. Ne, ne, warte, warte, warte. Knopf. Bevor ich den vergesse. Der Knopf hat jetzt nämlich den Weg zu diesem Laden hier aufgemacht. Jetzt kann ich hier so super Tränke shoppen. Äh. Und jetzt habe ich irgendwelche Stacheln ausgemacht. Das war gut. Und hier kann man jetzt, ich kann es dir mal kurz zeigen, hier kann man sich ein neues Leben, eine Widderbelebung kaufen, und Trank und ganz viel anderen Käse. Ne? Ne. Und so, auch so Leben aufhören. Als Trank oder als direkt zu trinken. So, wir müssen einfach mitnehmen. Ja, genau so. Äh, die Stacheln sind noch an. Hier war ich mal eben, und da ist noch so eine, hier war doch noch so eine Arschpiekse. Ja, da ist noch so eine Arschpiekse-Pflanze. Äh, und Schlüssel habe ich nur einen braunen. Ein brauner Schlüssel? Ja, jedenfalls, hier geht's weiter. Da kann ich durch, wenn ich einen silberen Schlüssel habe. Nein, da gehe ich nicht durch. Da werde ich krepieren. Ich kenne mich. Ähm, yay. Ei, Käfer, ein paar. Warte. Hier war doch noch. You can't hide from me. I have, äh, Ultra-Eye. I see alles. Komm, pullen, 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 pullen. Pullen, kiten, dragen, wie auch immer. Why you no die? Baaah, Bawanga. Baaah, Baaah, Baaah. ganz bestimmt war war kaputt und weiter war der lebt auch der lebt auch mein kaputt ist das schön dass man auch diagonal schießen kann und da ist der selbe schlüssel wir brauchen und ich habe immer noch keinen speichern gefunden oder wenn ich einfach nur blind dran vorbei hat weil ich doch mal bock haben zu spielen man weiß es nicht man weiß es nicht das schöne ist ich bin noch nicht überall gewesen dementsprechend kriege erst eine tür auf das ist doof nämlich unter oder obere unter oder obere ist eigentlich kann egal weil sie wieder mäuser bomben und noch ein bisschen was anderes das habe ich auch noch nicht rausgeräumt das ding damit im taler was er da oben sieht das habe ich eben durch den einen knoppeck geöffnet den ich da gedrückt habe irgendwo der brüchigen wand und dann ist das ding aufgegangen ja da gehen wir gleich noch ein vielleicht doch durch die stachel durch dann könnte man sehen wie scheiße ich bin bei sowas aber erst mal hier käfer zu wie ich kann jetzt ja durch den silbernen türmoped durch da hier ist nämlich auch der zweite schlüssel hey jetzt gehe ich eben hier weiter wieder auf die tasche 1 runter weil hier ein schlüssel ist den man auch von anfang an schon gesehen hat hey und zurück jetzt muss ich natürlich noch das dinge da ausräumen da klaut es mir vor geschafft dann sehen ob das auf dem rückweg genauso reibungslos klappt ich bin bezweifelt es gerade so mal als tipp man sollte immer hinterher nochmal irgendwo so unten drangehen und dran lang gehen weil man kann ganz man war fast ganz leicht die ganzen münzen die unten hinfallen warum sie eben nicht sieht und sammelt man sie nicht ein einfach und noch mal dran lang gehen dann hat man das problem gelöst ah ich sehe pieksenpflanze und ich sehe ganz viele bugs da 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 bist du wie ledermäuse brennen die mose sind immer gut um irgendwelche kombos zu erzielen das klappt immer ganz gut wenn man ein bisschen leben drauf und den combo healer hat, dann kann man da schön schnell und einfach ein bisschen leben dazu kriegen auch wenn gerade kein apple in sichtweite ist so, was haben wir hier BAK 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 PAM 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 JA, ich liebe den schlechten Schaden PAM 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 Was ist das? ich mache alles kaputt ich brenne alles ich werde hier noch zum pyromanen bei dem spiel nervenaufreibend immer hier so viele käfer zu zappletten die kse pflanze weiter 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 ach ja da rechts ist auch noch so ein schöner raum wo ganz 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 viele baden mit mutis drin sind das ist nicht schön gewicht du anal tötungs penetrator ich will dich nicht geh sterben das war schlecht da war ein apfel das war gut nein 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 nicht bildschirm aus nicht bildschirm aus nicht bildschirm aus nicht bildschirm aus es ist so fies das ist so fies kaputt so hab ich dich es piekt schon es ist mies incoming es ist tot ich mag tote piekse pflanzen die tun mir nichts mehr was 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 auf faktor lebt neu äh mies so vier knöpfe noch ist ja eigentlich nirgendwo in speicher punkt da lohnt sich bald gar nicht mehr für das dritte level nochmal aufzuhören nochmal später weiter aufzunehmen waaah pullen ach das olle drecksviech er siehst du aber auch nicht da ist noch ein apfel ja da ist noch ein apfel frust essen da nom nom ist ja nix an der tatsache dass mich das ding immer noch mit einem pieks tötet oh 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 ich seh schon wie es endet ja dafür wird's brennen es wird sowieso brennen weil ich in feuer magier bin und sowieso alles verbrennen aber scheiß drauf es wird brennen boah es war so klar es war so klar wie ich diese viecher einfach hasse ja ich habe es umgebracht ich habe ihn umgebracht ich habe ihn umgebracht so jetzt da knop plus bikes die aktivität jetzt kann ich zum rüstungsmann ist es ein rüstungsmann oder eine rüstungsfrau ne ist mir jetzt auch egal ne ist mir jetzt auch egal äh hm rüstung von 0 auf 1 ne aber ich guck erstmal als ich hier den frostschutz krieg frostschutzmittel ist immer gut also wenn es denn funktioniert dann ist schön also wenn es denn überhaupt nicht v mill na re der sie es eng du Vielen Dank.